Harald? Ja? Wir müssen Schluss machen. Wir sind seit sieben Jahren getrennt. Kommt dein Vater heute eh? Nee, nee, den hab ich ausgeladen. Wirklich? Nein, das schaff ich nicht an Weihnachten. Bis später. Was ist das bitte, Orges? Das ist ein Bio-Baum. Ihr sagt, wir machen heuer nachhaltiges Weihnachten. Schaut euch mal diesen Scheißbaum an. Die Lichterkette ist batteriebetrieben. Die Batterien sind wieder aufladbar. Du weißt aber schon, wie viele Kinder in Kobaltminen arbeiten. Kobaltminen. Heute sind alle Gänge regional glutenfrei, laktosefrei, vegan und halbe. Boah, das ist so weird. Weil heute ist Weihnachten. Ich hab etwas ganz Besonderes. Spanfärger. Super. Alle sagen einfach kurz, wie sie angesprochen werden möchten, damit sich auch alle wohlfühlen. Wieso tun wir uns jetzt alle so auseinander dividieren, bitte? Ich mein, Mensch, Frau, ist doch alles das Gleiche. Kannst du nicht einfach nach irgendeinem Video kaufen, bitte? Wo hast du's her? Hab ich aus dem Netz. Boah, Mann. Schmeckt aber nicht schlecht. Nach einem Rezept aus dem Darknetz. Also ich darf mich niemals Indianer verkleiden, aber eine Frau kann jetzt der Weihnachtsmann sein. Ist das nicht sexuelle Aneignung? Ich bin eine Weihnachtsfrau. Sie ist eine Weihnachtsperson wie du. Feliz Navidad. Wir haben alle einen Huscher. Alle. Friedliche Weihnachten. Ho, 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 ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Wir haben schon eine Weihnachtsfrau. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann.